und damit sei die größten im zwerge genommen hobbits und englert um zu einem vielleicht schreit mal schauen vielleicht auch nicht aber auf youtube wenn ich denke das spiel das jetzt gerade nur so zwischendurch als lückenfüller zwischen in abricht aus eine version edition und lego star wars skywalker saga spielt das so als lückenfüller jetzt heute am freitag und am montag da noch also ja wir haben ich habe da zwischendurch mal deswegen steht hier weitermachen ich habe zwischendurch schon meine ich habe eine demo wertlich in den nächsten leben wir sind sondern ich habe letztes davon schon mal aufgenommen das seht ihr auf jeden fall die monate irgendwann auf youtube wenn es dann mal so weit ist mal schauen ob ich davon irgendwann mal mich das das hier als youtube-videos hochladen vielleicht auch nicht vielleicht als stream auftechnung werden sehen willkommen auf tütsch zu einem neuen spiel spielen das natürlich auch noch mal von vorne spielt figment ein neues spiel auf geht's ein spiel von bad time digital games das ist englisch miste Dr. Dredd. Hey, Dad, do you ever parachute on your job? Huh? Uh, no, not really. Yeah, you would be too scared to parachute off the building, Dad. Leave your Dad alone, honey. You don't need to parachute when you sell houses. Boring. When I grow old, I want a job where you have to parachute. What? Oh, crap! Oh, vay out. Wake up! Come on, you lazy bum! Wake up! You! Go away! I'm sleeping! Not anymore, you ain't. You're right! There are fears to fight and a hero never sleeps. Oh, right. Let me guess. No fears to face? Hm, as always. Go home, bird. I need a drink. Where's my ice? Find ice for your drink. We need a drink. Cerebrum cider. I'm not drinking that without ice. Good, we have a book. And we have a book. As soon as I find ice, I'm coming back to you. Then we'll find ice for some drink. There's no way. No. 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 I'm not even getting a nice to see you or how you've been. It's been forever. You know, I have something important to tell you, buddy. Okay, we're going to have a battery. Might become useful. That windrad doesn't need. Oh, a ice machine. That windrad doesn't need. Okay, the ice machine is missing a synapse battery. Okay, the ice machine is missing a synapse battery. Ah, yeah. Return. Batterie. There we go. Reception. Get here with the ice. Nice. Nice. We have my nice. Let's get it back to my rocking chair and I'm good. Let's get it back to my rocking chair and I'm good. Nice. 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 Oh no. The drink is gone. Someone has cleaned the drink. This is my album. A picture. And I'll leave it. Oh no. A bad monster. You lost it friend. What? Leave my scrapbook alone. Oh no. Folgt dem Albtraum. Dies ist also ein Albtraum. Was haben wir hier? Im Fahrstuhl. Die fliegenden Inseln kommen von selbst. Ah ja. So, dann müssen wir auch gegen die Schirrchen. Dann ist das Schwert. Wir brauchen natürlich eine Plattung. Das kommt mit dem Fahrstuhl. Eine Teilscheibe. Das ist ein Trauerperl. Mit Kraft gewinnen. Und rein damit. Und hoch damit. So, wir haben einen Scherz. Aha. Mit der Maus können wir auch machen. Die Stellung geht es auch, aber... Mit der Maus ist es wohl... ...vereinbar. Die Möster. So, hier. Wir kommen. Schaffen wir das Möster. Vögel im Abtraum. Wir stellen uns hier hin, wo es nicht erreichen kann. Wurzeln. Wurzeln. So, besiegt. Ah ja. Die Wetten brauchen natürlich immer mehr. Ein Brainstorm? Aha. Ah, okay. Dann müssen wir natürlich das... Dann müssen wir das Brett von drüben mit rein. Eine Teilscheibe. Okay. Okay. Wenn das nichts hier... Dann kommen wir hier hin. Hey, Dusty. Schau mal, die Endurance-Neurons, die über dem Baum schlafen. Ja. Das könnte ich wirklich eine Erfragung benutzen. Dann gehst du es, Mann! Wir ritten in den Baum. Wir kriegen... Ah, die Lebenspunkte zurück. Gut. Geht das hier unten? Sack das so. Weil sich die Insel noch nicht bewegt. Okay, komm mal, denke ich später noch mal her. So. Okay, das Rätsel ist mir schon bekannt. Wir kommen. Oh, anders. sehr gut brauchen wir zwar gerade nicht aber das meine batterie jetzt geht's hier oben das machen wir dann kein umweg tun uns die die zeit muss sein genossen der genosse hat genossen nein so fast so rein hier geht es hierüber ich will nicht mehr mit dir spielen so weiter geht es das sind bloß bei mir völlig nicht mehr zu tun hoffentlich streamen sich auch musik hier habe ich auch eine Reihe die sind sehr gut das war ein bisschen schlechter kampf hier aber und keine punkte das ist schlecht gut heilungspunkte gehen wir bestimmt gleich wieder in irgendeinem bauen nehmen wir die nicht um vom anfangsgebiet geht setzt hier ins nächste gebiet ganz jungen Oh Gott. Das ist der Enttung wieder. Unterwegs, aber wir müssen erst eine Erinnerung sammeln. Okay. Kann ich mich mitnehmen? Auf jeden Fall. Wir müssen hier rechtlich sein. Mayor Relic will wissen, was zu tun. Die leben hier in diesen Kartons. Kartonhölzer. Ah ja. Ja, die Bewohner hier sind ein bisschen seltsam. Kommen wir hier hin. Alles war viel leichter. Und es hat nie regnet. Die waren die Dämonen. Ah ja. Früher war alles besser. Vielleicht hier. Wir sollten das ganze Ding herunterladen, wenn du mich fragst. Das würde so schönes Feuer machen. Blumen. Oh Gott. Wo können wir die Glühbladen freisetzen? Das bringt bestimmt auch mal was. Wenn wir die Glühbladen Luftballons verlassen. Und vielleicht ein Achievement. Nein, das Achievement nicht. Wir spielen es nicht auf Steam. Wir spielen es nicht auf Steam. Wir spielen es nicht auf dem Game Achievement. Die wenn ich... Dann, was wir machen? Was. 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 Leine ist. Ich schicke. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Was. Oh ja. Kommen. Warum. Dass. Was. Was. Oh, das ist der 21. Aja. Aja Und schon noch weiter Und auch noch besser Hier kommen wir mal kurz weiter Das war's für heute. Kein Weg. Das geht in mein Schrappbuch. Wenn ich das zurückkomme. Definitiv nicht. Okay, damit können wir auch nichts machen. Gehen wir mal nach oben, wo der Amtron hin muss. Das schließt sich unser Ziel. Gehen wir mal links. Ah ja. Jetzt habe ich dich, Krupp. Auf Wiedersehen. May your days be soiled in dread and despair. Ha 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 ha. Ah ja. Viel mehr, ja. Oh, strange. Piper, du brot back something old and musty. Your presence brings me joy, old Dusty. Oh, oh. Trauma in the conscious mind. The nightmares have come unconfined. They've seized our lands without remorse. We hide and fear behind the closed doors. That's why the mayor sent me to find you. So a few nightmares escape the gate and you're scared, huh? I'm not your guard anymore, mayor. I'm only here to beat that thief and get my stuff back. You have been unneeded for long, my friend. But the mind now needs your aid again. Yeah. Must that just happen. Huh, the mind stopped challenging itself. I've been forgotten. I cannot blame you for feeling so rotten. So, do you know why the gate acts strange? We can't go through. Too much fear came through the gate and left it in an altered state. Enough gibberish. How do we fix it so I can get my scrapbook back? If you must the gate traverse, the flow again must be reversed. Defeating a nightmare, I'll confess, should put an end to all this mess. So, beating up a single loose nightmare could reverse the gate? Okay, mayor. Where do I find one? A gangly corpse slinkered by and disappeared into Freedom Isles. Creative thoughts now drown gas. Okay, it's in the wind, in the wind, in the wind, in the wind, in the wind. Okay. Okay. I'm sämic. Okay, well then. This portal can't come in. Yeah. There is no way. I think I can do it. Okay, I know. I'm going to do it. Oh no way. Oh no way. Oh no way. So, Samenpflanz. Da man ein schönes Blechchen gepflanzt. Hoch die Treppen. Jetzt gehts von hier aus. Freiheitspromenade. Spielen wir weiter auf den Freiheitspromenaden. Keine Antwort. Ah ja, ich schätze mal, wir müssen hier hoch. Nein. Treppen steigen. Da ist ein Albtraum. Vor allem den Pestalb-Traum. Aha. Ja. Alles klar. Okay. Ja. 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 Jahrgast.